Zurück in den Stall. Ich versuche stets meine Tiere im Auge zu behalten. Ab und zu büchst doch eins aus. Mit dem ganzen Chaos, das die Schädlinge verursachen, wurde ich wohl für einen Moment etwas unachtsam. Und einige meiner Schweine konnten entkommen. Würdet ihr sie für mich suchen? Ich würde als erstes den Hügel runter Richtung Westen gehen. Dann nehmen wir hier den Flugpunkt noch mit. Da haben wir schon das erste Schwein. Da hinten steht das nächste. Sieht aus wie ein Schaf. Es ist trotzdem ein Schwein. Einfach daran vorbeirennen. Einmal anklicken. Und das reicht. Das letzte, das ist immer hier unten bei den Schildkröten. Keine Ahnung was der hier will. Der findet es anscheinend toll. Wäre super, wenn sich die Schweine in Minecraft so liberal verhalten würden, immer am selben Platz zu stehen. Aber nein, die rennen wir herum. Nun wohl dann. Auf geht's wieder zurück. Da links die Treppe, die geht übrigens da hoch, wo man das Jagdbund holen kann. Für die, die da Bock drauf haben und am Anfang nur reiten können. Einfach dem Weg folgen. Und fertig.